Mein Name wird sein, mentale Stärke und Motivation, dass jeder eine gewisse Portion Motivation braucht, um im Sport erfolgreich zu sein, wie auch im Business, dass es ganz wichtig ist, auch in und wieder mental sehr stark zu sein. Natürlich gefällt mir alles, weil es nicht nur um Siegen geht, sondern um dabei zu sein, diese Leidenschaft, diese Begeisterung, die sich den Menschen zeigen, also da können wir ganz, ganz viel lernen. Grundsätzlich hat es für mich Spaß, eine Leidenschaft an der Sache zu haben und da macht man die meisten Dinge gut und man muss nicht immer der Beste und Erste sein.